Da ist man doch gerne Königin. Bei ihrem jüngsten Auftritt am 20. Februar veranstaltet Königin Camilla einen Empfang für eine ganz besondere Wohltätigkeitsorganisation. Anlässlich des 15-jährigen Bestehens von Medical Detection Dogs füllt sich das Clarence House in London nicht nur mit den Mitarbeitern der Organisation, sondern auch mit den vierbeinigen Helfern. Als Hundebesitzerin ist die Ehefrau von König Charles III. sichtlich begeistert von den flauschigen Rettungskräften. Beim Anblick von Camilla zusammen mit den gut gelaunten Servicehunden können wir nicht anders, als an ihre Schwiegermutter Queen Elizabeth zu denken. Die Großmutter von Prinz William und Prinz Harry besaß selbst mehrere Corgis und machte nie ein Geheimnis aus ihrer großen Leidenschaft für Hunde. So wurde anlässlich des 70. Kronjubiläums der Königin eigens ein Corgi-Sticker für Instagram entwickelt, um Queen Elizabeth zu feiern. Auch wenn Camilla die Liebe zur Corgi-Rasse nicht teilt, besitzt sie selbst zwei Terrier-Hündinnen namens Bluebell und Beth. Auch die beiden Labradore der Wohltätigkeitsorganisation scheinen es der Königin angetan zu haben. So kann die 76-Jährige gar nicht mehr damit aufhören, die süßen Vierbeiner zu streicheln. Camilla so vergnügt neben den Hunden in der Öffentlichkeit zu sehen, wäre früher undenkbar gewesen. Lange Zeit drückt die Königin den Spitznamen Rottweiler, angeblich von niemand Geringerem als Prinzessin Diana selbst gegeben. Der Kosename, der sich wohl auf eine angebliche optische Ähnlichkeit bezog, scheint der Königin heutzutage nichts mehr auszumachen. Und so posiert Camilla stets freudestrahlend neben diversen Hunden. Bei solch süßen Tieren kann man auch gar nicht anders, als über beide Ohren zu strahlen.